Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Tierlist. Ja, und zwar endlich machen wir weiter mit den Rebellen auf dem Boden. Wie schlagen sie sich da? Zunächst aber mal zwei Sachen. Ich nehme die MVE, die mobile Verteidigungseinheit, jetzt mit rein. Die ist aber nicht im Techbaum aufgelistet. Und deshalb gibt es jetzt nur dieses Bild. Tut mir leid. Und der Gallifrey-Transporter, der ist auf jedem Bild im Spiel so blöde dargestellt. Tut mir auch ebenfalls leid. Naja, ansonsten, ihr kennt es ja, oder zumindest wer meine Imperium-Rankings gesehen hat, hier natürlich auf die Rebellion, auf die Rebellen-Allianz umgemünzt. Wir haben Pride of the Rebellion, der Stolz der Rebellion. Rogue One. Ja, ich mag den Film. Wrath and Squares. Genauso wie bei den Imperialen. Armed but Untrained. Ja, die Leute sind zwar bewaffnet, aber haben keine Ahnung, was sie überhaupt damit tun sollen. Und, äh, ja. Der unterste Bodensatz sind keine Verräter, sondern Imperiale. Äh, ja gut. Ähm. Und zunächst einmal muss man sagen, wir nehmen die ganz normale Infanterie-Kompanie. Das sind, ähm, drei Trupps bestehend. Also, drei Trupps, die man bekommt, die man, ne, äh, so durch die Gegend schicken kann, wie man das auch immer möchte. Sie können in Deckung gehen. Und, äh, ein Trupp besteht aus fünf Rebellen-Soldaten. Ein Trupp alleine ist einer, äh, ist ein Trupp, der, äh, der Sturmtruppen, ja, danke, äh, unterlegen in einem Eins-gegen-Eins. Aber dieser Trupp besteht ja auch aus, äh, aus neun Sturmtrupplern gegen fünf Rebellen. Daher macht das durchaus Sinn. Ja, das heißt, eine Kompanie, ähm, Sturmtruppler besteht aus 18 Leuten. Eine Kompanie-Infanterie-Kompanie... Eine, äh, Kompanie-Rebellen-Soldaten besteht nur aus 15 Soldaten. Im Endeffekt, äh, ist das aber eher zufallsbasiert, wer von denen, äh, als letztes überlebt. Weiterhin muss man aber sagen, die Infanterie-Kompanie ist echt billig. Die kostet gerade mal 52 Credits. Und anders als der Sturm, als die Sturmtruppler, haben sie keine Konkurrenz, äh, wie durch ein AT-AT. Was ihnen sehr viel hilft. Ähm, wir kommen später zu den Transportern. Aber sie haben als einzige, äh, Fraktion, generell alle, äh, Rebellen, haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Transporter zu nutzen. Nämlich einmal den Gallofree-Transporter, zu dem wir eben ganz am Ende des Videos kommen. Und den, ähm, und die Gargantua-Plattform, Waffen-Plattform von Garmbel Iblis. Ähm, wie gesagt, äh, wie schon zuvor, ich werde die, ähm, Ich werde die, äh, Rebellen, nein, die Helden, nicht berücksichtigen, nicht ins Ranking mit aufnehmen. Aber ich möchte es hier mal erwähnt haben, weil Garmbel Iblis kann bis zu vier Trupps mitnehmen. Also locker eine Infanterie-Kompanie plus noch jemanden. Okay. Ähm, dennoch, insgesamt, die sind zwar echt ikonisch und können auch was, aber sie werden einfach outplayed durch andere Trupps, die es hier auf dem Ranking gibt. Dennoch würde ich sagen, für 52 Credits sind sie ihre Credits wert. Also sie sind absolut nicht nutzlos. Das ist sehr gut. Genau. Ähm, anders sieht das bei den Plex-Raketen-Soldaten aus. Die, naja, was soll ich sagen? Es sind Dudes mit quasi Raketenwerfern. Ähm, es sind jeweils nur zwei Trupps aus drei Soldaten, die 75 Credits kosten. Und, äh, dafür aber richtig viel Schaden gegen jegliche, ähm, gegen fast jegliche, äh, Fahrzeuge machen. Selbst gegen einen AT-AT machen sie immer noch ziemlich gut Schaden, während der AT-AT sich ohne Sturmtruppler-Unterstützung nicht wirklich gut wehren kann. Oder Unterstützung von anderen Truppenteilen, aber er bringt ja die Sturmtruppen halt selbst mit. Daher, naja, ähm, ähm, dennoch, es ist Infanterie, sie kann leicht gekontert werden. Sie ist, ähm, sie sind nicht unbedingt die Widerstandsfähigsten, aber man sollte sie trotzdem auch nicht unterschätzen. Ähm, und natürlich, sie können sich einquartieren. Und, ja, ein AT-AT, wie gesagt, hält von denen immer auch ordentlich Schaden. Ähm, und eigentlich nur fliegende Einheiten, ähm, wie die Lancet-Staffeln. Oder sollte es zu einem Mirror kommen, Gleiter oder auch der Gallifrey-Transporter. Nur die würden jetzt kein, nicht so wirklich Schaden von den Plex-Soldaten bekommen, weil die einfach ausweichen können, den Raketen. Außerdem muss man da aufpassen auf Planeten wie zum Beispiel Tatooine. Die Stürme dort können die Raketen außer, ähm, abwehren. Aber das ist, äh, das ist jetzt nicht so besonders. Ähm, wichtiger wäre bei den Imperialen hingegen, dass die, ähm, dass sie Störfelder haben können mit ihrer, ähm, das ist das schon, mit ihrer Flugabwehr, mit ihrer Flak, die hat auch, ähm, Störf, äh, Störsender für Raketen. Dennoch, das funktioniert trotzdem, äh, recht gut. Und die Raketen können Schilde durchschlagen. Das ist, äh, beim, bei den Rebellen, äh, bei dem Imperium jetzt nicht so von Bedeutung, weil die haben nur ein Schild, äh, Panzer. Aber gegen das Sand-Konsortium tut das richtig weh, weil die meisten Panzer des Sand-Konsortium, oder eigentlich alle Fahrzeuge des Sand-Konsortiums verlassen sich extrem auf ihre Schilde und ihre eigentliche Rüstung ist meistens ziemlich schwach. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, aber meistens, wenn der Schild weg ist, sind deren Fahrzeuge so gut wie tot. Und da machen die, ähm, die Plex-Raketensoldaten ihren Job bis zum Endgame hin noch ziemlich gut. Und deshalb kommen sie auch auf Rogue One. Ähm, die Sache ist nämlich einfach nur, sie kommen nicht noch höher, weil sie in gewissen Stellen eben doch, äh, outplayed werden. Ja. So, dann haben wir den leichten T2B-Panzer. Ähm, man bezahlt für den 500 Credits und bekommt fünf Stück von denen. Die sind mit vier Schnellfeuerlaser-Kanonen ausgerüstet. Die, äh, sind aber nicht gut im Kampf gegen Infanterie, sondern eher gegen leichte Fahrzeuge. Ähm, vor allem gegen TIE-Mawler oder, äh, Droidekas sind sie sehr gut. Ähm, auch gegen einen AT-ST, aber alles, was mit schweren Waffen kommt, da kriegen sie ordentlich aufs Maul. Ihr größter Vorteil, oder ihr größten Vorteile, sind aber einerseits ihr Schild, wenn der Gegner jetzt nicht gerade Raketen oder Massentreiber hat, dann halten die schon deutlich mehr aus, als man von einem leichten Fahrzeug erwarten sollte. Von einem leichten Panzer. Und der zweite Vorteil ist, es ist ein, äh, wie heißt es noch, Repulsor-Fahrzeug. Das heißt, es kann über den Boden schweben. Was, ähm, auf einigen Planeten auch ermöglicht, über Gewässer zu schweben und so dem Feind in die Flanke oder in den Rücken zu fallen. Ebenfalls sehr effektiv. Alles in allem fehlt, äh, fehlt es dennoch ein wenig an, äh, einer durchschlagenden Feuerkraft, um sie auch im späteren Spiel noch, ähm, zu benutzen. Da werden sie dann eben doch wieder, ja, outplayed. Äh, dennoch würde ich sie ebenfalls auf ihre Credits wert einschätzen, da sie, naja, da sie ihm sehr wichtig sein können. Und, äh, gerade im frühen Spiel, ähm, ob absolut eure Speerspitze bilden werden, bis weit, bis ihr den T4B habt. Ja. Ähm, dann haben wir die mobile Verteilungseinheit, wie schon erwähnt. Die MVEs sind ganz besondere, äh, Fahrzeuge. Sie werden immer zu zweit ausgeliefert. Jede Fraktion hat sie. Sie kosten auch überall 850 Credits. Und man fährt sie einfach irgendwo hin, stellt sie ab, und dann kann man sich zwischen drei Sachen entscheiden, die man auf sie aufbauen möchte. Also ähnlich wie ein normaler Bauplatz. Ähm, und diese drei Sachen unterscheiden sich aber bei jeder Fraktion. Die, äh, MVE der Rebellen hat die Möglichkeit, einen mobilen Schildgenerator zu bauen, einen Reparaturknoten, um, äh, Fahrzeuge zu reparieren. Übrigens, Reparaturknoten, äh, Fahrzeugreparaturen funktionieren nicht bei den Gleitern. Beim Gallowfree-Transporter bin ich mir gerade unsicher. Aber ich glaube bei dem auch nicht, wenn der einmal fliegt. Ähm, ansonsten, alle anderen werden geheilt. Oder er kann, man kann auch einen Schnellfeuer-Laserturm darauf bauen, gegen Infanterie-Bekämpfung. Alles drei ist möglich, alles drei kostet aber nochmal etwas Geld. Es ist daher sehr, ähm, von der Taktik und von der, ähm, Voraussicht des Befehlshabers, also vom Spieler, abhängig, was, ähm, was man gerade baut, was man, wie, was wie nützlich ist, etc., etc. Dennoch, ähm, mit einem mobilen Schildgenerator und einem Schnellfeuer-Laserturm macht man eigentlich nie etwas falsch. und gerade wenn, ähm, und der ist so groß, da kann man auch locker ein paar, äh, seiner, äh, ja, seiner Infanterie-Leute reinschicken und hat sie so relativ sicher auch in einem exponierten Gebiet. Ähm, von daher würde ich sagen, auch Rogue One hier. Ähm, oder man opfert sie halt mal, um einen Rückzug zu decken, etwa mit einer Kombi-Schildgenerator und Schnellfeuer-Laserturm oder nur ein Schnellfeuer-Laserturm, wenn man den, oder zwei Schnellfeuer-Laser-Generator-Türme. Geht beides, also, oder geht alles. Kommt halt drauf an, ja. Dann haben wir den Field Commander der Rebellen, der ist genauso wie der Field Commander des Imperiums, gibt 25% mehr Leben, 25% mehr Sichtweite, hat, äh, 5 Sturmtruppler bei sich, kostet 1000 Credits und ist natürlich der Stolz der Rebellion. Seinen Bonus wollt ihr eigentlich immer haben, es gibt keinen Grund, einen Field Commander nicht mitzunehmen, selbst wenn ihr mit Helden-only spielt, was bei den Rebellen echt gut klappt, weil sie echt viele, echt starke Helden haben, aber, selbst die werden durch den gebufft. Also, nehmt den Field Commander immer mit. Das ist, es gibt keinen Grund, ihn nicht mitzunehmen. So, und dann haben wir die MPTL-Artillerie. Ja, ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Das ist einfach das beste Fahrzeug und die beste Einheit, die die Rebellen haben. diskussionslos. Ähm, kriegen sie auf Stufe, Tech-Stufe 2, oder? Ne, Tech-Stufe 3 müsste es sein, da kriegen sie die, oder? Tech-Stufe 203. Ne, ich glaube sogar schon auf Tech-Stufe 2, also richtig früh sogar noch. Ähm, zu der Zeit ist die, eure Front noch mit, äh, Plex-Soldaten und, äh, T2B-Panzern vollgestopft und hin und wieder mal in der MVE. Ähm, da ballern die schon von hinten alles weg, womit der Gegner ankommt. Oder, sagen wir fast alles. Ähm, geliefert wird die Artillerie mit zwei, äh, Artiller, mit zwei MPTL-Artillerie-Werfern, die haben neun Protonentorpedowerfer, äh, drauf, ge, auf ihrer Kanzel. Ähm, auch sie müssen sich vorwärts, äh, auch sie müssen erstmal vorfahren und sich fest positionieren. Aber es sind Kettenfahrzeuge und ihre Positionierung geht etwas schneller als bei, als bei den SPMAT des Imperiums, was sie deutlich, ähm, tödlicher macht und auch ihre Bewegungsfreiheit ist etwas besser als die der Läufer, weil eben Kettenfahrzeuge, die können sich deutlich schneller wenden als die SPMAT. Und die neun Protonentorpedowerfer, naja, wie gesagt, ähm, auch die Protonentorpedowerfer gehen durch Schilde durch, als gäbe es sie nicht. Und, ähm, machen dann auch ordentlich Schaden. Auf einem deutlich größeren Gebiet und deutlich, äh, von einer deutlich größeren Entfernung als die Plex-Raketen-Soldaten. Lediglich gegen schwer gepanzerte Einheiten wie einem AT-AT sind die Plex-Soldaten der MPTL äh, überlegen. Aber letztendlich ist da kein großer Unterschied mehr. Und, ähm, ja. Dennoch, zwei, äh, Protonentorpedowerfer fanden die Entwickler dann doch etwas zu wenig, wenn der Gegner, also das Imperium, mit den SPMAT 3 bekommt. Und daher haben sie der MPTL Artillerie noch zwei Drohnen mitgegeben. Die Drohnen sind relativ schnell, sind ebenfalls, ähm, mit Repulsor-Lift-Antrieben, äh, ja, ausgestattet, können ebenfalls einquartiert werden in Bunker oder Transporter. Aber sie wurden auch mit, äh, so, Forces of Corruption genervt. Und zwar mit Meister Yoda. Der kann nämlich in eine Machtmeditation gehen und damit die ganze Karte aufdecken. Jetzt erinnern sich vielleicht schon die Veteranen, was die Drohnen konnten. Die konnten nämlich einen Ping setzen, der ein relativ großes Gebiet auf der Karte kurzzeitig aufgedeckt hat. Also etwas schwächer als die Fähigkeit von Meister Yoda, aber immer noch äußerst gut, um den Feind eben auszuspionieren, aus sicherer Entfernung und weitaus besser als die Kundschafter des Imperiums. Und daher ja natürlich man möchte die MPTL vor allem für ihren hervorragenden Angriff, aber die Drohnen sollte man ebenfalls nicht kleinreden. Auch sie können extrem wichtig sein, indem sie vor Fallen etc. warnen. Okay, soviel dazu. Jetzt kommen wir zu einem Fahrzeug, was den Standard nicht ganz so hoch halten kann, aber immer noch sehr gut ist, nämlich der T4B Panzer, die quasi Weiterentwicklung des T2B. Er hat zwar nur noch zwei schwere Laser Kanonen, aber dafür ebenfalls einen Raketenwerfer. Ja! Achso! Habe ich übrigens erwähnt, dass die MPTL hier nur 520 Credits kosten? 520 Credits! Die hier kosten 500 Credits! Es ist... Ne? Und die ja 850 und um sie einzusetzen, muss man nochmal einiges draufsetzen. also ja und die T4B Panzer, wo wir gerade dabei sind, kosten 600 Credits. Okay, ihr bekommt dafür vier Panzer, wie gesagt, zwei schwere Laser Kanonen, ein Raketenwerfer, es sind trotzdem nicht so viele Raketenwerfer wie die MPTL und wie gesagt, es sind Raketenwerfer, keine Protonentorpedos. Das heißt, sie machen etwas mehr Schaden gegen auch schwer gepanzerte Fahrzeuge, wie zum Beispiel dem AT-AT, ähnlich viel Schaden wie die Plex-Soldaten, mit ihren, also wenn sie auf die Raketen sind, mit den zwei schweren Laserkanonen machen sie ebenfalls sehr guten Schaden, aber diese sind meiner Meinung nach eher gegen leichte bis mittlere Fahrzeuge, also leicht, ja gut, die sind eigentlich immer noch leicht, wie hieß der dieser Schwebepanzer der des Imperiums, der wäre zum Beispiel ein mittlerer Panzer oder auch der Crusader Panzer wäre meiner Meinung nach auch eigentlich Mittel, was die Panzerung angeht, die Panzerung, ja, ähm, da ist, bei diesen, äh, ist es besser, die Laserkanonen zu benutzen, weil selbst ihre Schilde werden damit relativ schnell zerschossen und die, ähm, Laserkanonen machen dann etwas, einfach etwas mehr Schaden als die Raketen, nicht weil die Laserkanonen an sich mehr Schaden machen, sondern weil sie schneller abgefeuert werden als die, äh, Raketenwerfer und eben weil es zwei sind, die Raketenwerfer wie gesagt, sind immer nur einzeln, können aber natürlich auch über eine größere Distanz, äh, gefeuert werden und da man jederzeit sehr schnell wechseln kann, ähm, kann man durchaus auch mithilfe der Drohnen der MPTLs eine erste Welle oder einen ersten Angriffswelle aus den MPTL Protonentorpedos äh, losfeuern und den Raketen der T4B bevor diese wieder auf ihre Laserkanonen ähm, setzen und dann nach vorne brechen den Gegner quasi aufhalten während die MPTLs weiterhin Deckung geben weil die MPTLs die halten eigentlich nicht wirklich was aus überhaupt nicht daher sind die T2B und später eben die T4B so wichtig sie müssen nämlich verhindern dass die MPTLs weggeballert werden wie nichts ja dennoch ähm sehr vielseitiges Fahrzeug 600 Crids dennoch letztendlich durch den Flächenschaden den die MPTLs machen sind sie meist noch etwas effektiver als die T4B und äh daher setze ich sie nur auf Rogue One aber nehmt dieses nur in ganz großer Anführungszeichen ja so dann haben wir den Rebellen Infiltrator das sind zwei Elite Soldaten mit Scharfschützen Gewehren und Thermaldetonatoren die man für 100 Credits ausbilden kann es sind keine Heldeneinheiten und ähm ihre Scharfschützen Gewehre sind nicht mal so stark dass sie einen einzelnen Sturmtruppler mit einem Schuss erledigen können wie es zum Beispiel ein Kyle Katan kann oder auch ein Han Solo klar das sind starke Helden aber die bekommt man für Umme und die halten auch deutlich mehr aus als die zwei Waschlappen ganz und dann auch die Thermaldetonatoren ja die haben Zeitzünder aber die Sprengstoff äh die äh ja dieser Sprengstoff den die ähm wie heißen sie noch ähm hier diese roten Typen vom Zen Konsortium für die man für 1000 Credits anwerben kann die Verderber genau die Verderber die haben so eine ähnliche Fähigkeit können aber äh ihren Sprengstoff mit einem Taster auslösen ja das ist ein weiterer Klick für den Spieler aber du kannst halt die Sachen wann immer auslösen wenn du möchtest du musst nur mindestens einen Verderber auf dem Feld haben und dann kannst du die ganze Zeit über auslösen das heißt du kannst zum Beispiel ein ähm ein Gebiet nehmen da zwei drei Verderber äh die deren Sprengstoffe hinlegen und selbst wenn die getötet werden du schickst einen vierten Verderber runter und kannst damit den Sprengstoff auslösen ja bei den Infiltratronen der Thermaldetonator geht nach einer bestimmten Zeit hoch das hat auch seine Vorteile definitiv aber du musst halt echt Glück haben mit dem Timing und dann machen die auch nicht so viel Schaden wie die Verderber und die Verderber sind wie gesagt schwach gelten zumindest als schwächere Helden was ebenfalls nochmal seine Vorteile hat und die werden einfach in jedem Punkt durch bessere Einheiten teilweise sogar aus den eigenen Reihen outplayt die Verderber und ich benutze sie nie ernsthaft die sind eine wahre Credits Verschwendung also es hat einen Grund warum ich hier bisher noch keinen bei Armed But Untrained habe weil der Fall zwischen dem normalen Infanterie Kompanien und den Infiltratoren ist enorm der ist richtig brutal und ich überlege auch wirklich hier Armed But Untrained leer zu lassen aber ich glaube da kommt mal was es ist naja ähm oh übrigens das Beste habe ich noch gar nicht erwähnt um das Infiltrator Camp zu bauen müsst ihr nicht nur eine Kaserne gebaut haben sondern auch noch eine Offiziers Akademie und weder die Offiziers Akademie noch das Infiltratoren Camp schickt euch bei einer Belagerung äh irgendwelche Truppen raus nur die Kaserne wenn ihr dann überhaupt noch eine Kaserne habt und ja ich weiß der ATAT hat mit der leichten Fabrik der mittleren Fabrik und der schweren Fabrik in der er dann selbst äh gebaut wird eine ähnliche Mechanik aber alle drei Fabriken haben auch eine Garnison die sie rausschicken der Infiltrator hat so etwas nicht ähm das ist echt schwach also ich kann echt nichts Gutes bei denen finden tut mir leid für den Preis hole ich mir dann doch lieber zwei Infanterie Kompanien die meistens und die in 90% der Fälle mehr schaffen ja gut machen wir endlich weiter mit den Gleitern man bekommt für 150 Credits drei Gleiter also echt billig ein Gleiter 50 Credits wow ähm aber die Gleiter haben so ihre Probleme die einzige Stärke wie das Spiel schon selbst sagt haben sie eigentlich gegen AT-ATs und das liegt an ihrer Spezialfähigkeit dem Schleppnetz mit dem sie um ein AT-AT herum fliehen können und wenn der sich noch bewegt wenn der läuft dann fällt er um und explodiert okay aber ansonsten haben sie nur zwei leichte Laser Kanonen und sie fliegen eben die ganze Zeit rum in einem sehr weiten Bogen und ähm bis die damit dann auch nur ein AT-AT äh AT-ST oder auch nur ein Time-Maller mal endlich platt gemacht haben vergeht ne halbe Ewigkeit klar der Gegner kann sie nur mit Artillerie oder Flug Abwehrtürmen äh treffen aber abgesehen von AT-ATs macht die ihm fast keinen Schaden und als so eine spezialisierte Konter-Einheit ist das echt ein Wagnis die einzusetzen vor allem da wie gesagt wir haben zwei Raketen äh Brüder die dem AT-AT ebenfalls ordentlich Schaden machen können und die MPTL macht den auch ziemlich Feuer unterm Hintern da braucht es die Gleiter im jetzigen Zustand eigentlich nicht der einzige Grund warum ich sie fast trotzdem auf worth its credits setzen würde ist weil die AT-ATs wie gesagt Pride of the Empire sind und die Rebellen Infiltratoren derart schlecht sind dennoch eigentlich bei Armed But Untrained haben die ihren Platz besser aufgehoben leider so und dann haben wir den Gallifrey Transporter ach übrigens der Gleiter und der Gallifrey Transporter sind beides Tag Stufe 4 der Rebellen Infiltrator und der T4B Panzer sind beides Tag Stufe 3 ja der hier der Kollege ist Tag Stufe 3 da sollte man man sich echt mehr von erhoffen können erwarten können naja gut der Gallifrey Transporter eine Einzeleinheit natürlich kostet 700 Credits und es ist ein Transporter was erwartet ihr er kann 10 Einheiten aufnehmen und ja ok was macht ihn wirklich besonders was ihn besonders macht ist dass er einen extrem starken Repulsor Lift Antrieb hat der dafür sorgt dass ihn eigentlich nur Artillerie angreifen kann oder eben Flugabwehr ich meine natürlich nicht Artillerie ich meine Flack oder Flugabwehr und selbst dann bringt das nicht mal so viel weil der ist extrem stark gepanzert ich hab in dem Versuch ich hab den bisher eigentlich kaum gebaut weil ich immer so dachte ja was soll ich damit ich hab doch Gamble Iblis und seine Gigantua da kann ich auch 4 Stück 4 Leute reinstecken dann ja ok jetzt erst mal wie gesagt in den Gallofree Transporter passen 10 Leute er ist nicht so anfällig wie die Gigantua und also halt weil er fliegt und er ist sehr sehr dick gepanzert und hat noch einen starken Schild jetzt sich einige denken ey aber Flack geht doch durch Schilde und ja das ist wahr aber Truppen wie zum Beispiel Fußsoldaten können ebenfalls auf den Gallofree Transporter schießen aber die müssen dann erstmal durch den Schild durch und der hält einiges aus und wie gut der Gallofree Transporter Schaden aushält naja ich sag mal so ich bin in einem Gefecht gegen die KI in deren Basis rein und drei Flug Abwehrtürmer haben auf den Gallofree gefeuert die haben nicht mal ein fünftel Schaden gemacht mit allen drei als Salve das war echt gar nichts was die an Schaden gemacht haben und im Gegenszug hat der Gallofree Transporter die in Stücke geschossen nach und nach denn der Gallofree Transporter hält nicht nur eine Menge aus der hat auch noch einen Anti Infanterie Abwehr Turm jup das ist natürlich alleine wird er keine Schlachten für euch gewinnen das ist mir vollkommen klar und 700 Credits sind in dieser Aufzählung hier auch kein Pappenstiel dennoch Pride of the Rebellion der kann in Sachen Truppen Unterstützung an der Front mit dem mit der Gargantua den Boden wischen und er hält sehr viel mehr aus als die Gargantua und naja ne irgendwann mache ich vielleicht noch ein Video zu den Helden der einzelnen Fraktion dafür bewahre ich mir das auf jeden Fall die Rebellen haben einige sehr sehr gute Optionen nur wenige schlechte und selbst was so ihr Mittelmaß angeht kann gegen kleinere Invasion oder nur schlecht gerüstete Invasion immer noch enorm effektiv sein mit den Infanterie Kompanien den Plex Soldaten und den T2B Panzern oder ein Teil den Plex Soldaten die sind ja auch Rogue One gut ich hoffe euch hat das Video gefallen ihr hattet euren Spaß ich verabschiede mich Gruß zu Sven Amen Vielen Dank.